Ich sitze gerade hier und trinke meinen Tee und spüre einfach nur ein bisschen Playstation, weil ich es nicht wirklich hier machen kann. Ich wollte Danke sagen für alle ganzen Support, lese die Nachrichten gerade alle durch, ihr seid einfach die Besten, die ich mir vorstellen kann. Ich bin ein bisschen Brieger, ich habe gerade ausgeschlafen und viele fragen mich, ich habe immer noch Schmerzen. Beim Brandkirchen warten wir jetzt noch einen M.A.T. Termin. Ich sitze am Ende noch von zwei Ärzten und beide sagen, dass es aussieht, dass es nicht operiert werden muss, was mich sehr, sehr, sehr glücklich macht. Es hat mich noch und noch mehr ausgenockt und das ist eine positive Nachricht für den Tag. Ich bin mit Krücken um zu laufen und versuchen, dass die Schmerzen nicht so ganz doll sind. Aber ja, habt ihr Bock, den Krücken ein Name zu geben? Links und rechts? Seht welche Vorschläge? Schreibt es rein. Freunde, wir haben das erste Golden Ticket gefunden. Maja aus Nürnberg ist unser Gast in Nürnberg. Du magst das? Ja, danke. Es sind noch ein paar Tickets draußen in den Boxen und check die Boxen immer ab. Swipe up. Wc. 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 Vielen Dank.